Guck mal, wie nah da ist. Ich glaub nicht, dass er noch hier rüber schafft. Nein, da kommt von rechts, da kommt er wohl wieder, ne? Scheiße. Der ist tief. Das heißt, wir müssen weg, wenn er kommt. Zu großes Risiko, weißt du das? Hat er Langefalt über das Gebäude hier? Der hat sich ein Stück leicht dahin gesetzt. Scheiße, hoffentlich kommt er nicht wieder. Bitte, bitte nicht. Oh Gott, ist er gruselig. Leider ist er wieder. Nein, bloß nicht. Sei froh, dass die Leute in dem Haus sind. Das ist gefährlich da hinten. Oh, ich sehe ihn nicht mehr. Gott sei Dank ist er weg. Der kam da hinten von Stromnast. Hier sehe ich wieder einen Vogel. Ist das der schon wieder? Hat der ein Muster, ey. Guck mal, was der für ein Muster hat, ey. Das ist schon wieder so einer. Das ist schon wieder so einer. Ey, dass da noch nicht mehr rüberkommt, ey, dieser Vogelchaos da, was es ist. Dieser Vogelhafen fließt er da Richtung, ey. Kann er sich entscheiden, ey. Das ist nicht gut. Ich verstehe nicht, wieso er da rumkreisen tut. Die ganze Zeit. Die Nettenstraße gibt es doch gar nicht. Was auf, der Streit geht es auf. Wetten? Wo ist er? Wo ist er? Scheiße. Der war ziemlich tief. Gut, dass er dich hier tief ist. Ey, das kriegt man Angst, ey. Das ist schon wieder. Scheiße. Na? Ist der riesig. Ah, das ist ein Rotmilan. Okay. Ich sehe die Farbe. Nein. Nein. Tu mir das nicht an. Jetzt kommt er rüber. Pass auf. Keine Angst. Scheiße. Boah. Der weh. 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 wusste ich gar nicht, hab hier gar nicht drauf geachtet, wie tief der war ist, jetzt seh ich ihn nicht mehr. Mal gucken, wo der jetzt hier geflogen ist, das war ja schon, ey, das war ja schon, ja, und dann voll ganz nah von uns hat der Balkon vorbei geflogen, ey, wieder eine schwarze da von rechts, den einen Tag da, wo ich geraucht hatte, bei der Unterhalt hatte, bei der Musik, das war ja, ich vergesse die Musik, ja, ich konnte die rechtzeitig Musik auf leise, überhaupt stumm machen, gehele nicht, dann werde ich abgezwiebelt, aber das war jetzt ein Beweis, dass sie auch mal so runterkommt, die Vögel, oh Gott, wenn sie wiederkommt, hab ich Angst, oh Gott, schon los, echt, pass auf, wenn du den sehen solltest, ich hab die Farbe erkannt, Bodenbillehahn, der war richtig ganz tief, oh Gott, wenn ich den immer sehen sollte, na, der wollte da hinten landen, weißt du das, guck mal, unser Rasbeer ist wieder da, das ist so ganz nah, weil Gott kommen, die Viecher, ey, das ist Wahnsinn, das ist so ganz nah, wenn du das, guck mal, unser Rasbeer ist wieder da, das ist so ganz nah, wenn du das, guck mal, unser Rasbeer ist wieder da,